Machen wir mal weiter, dann haben wir einen Feuertopf mit Gold. Also Gold zu knallen. Das Ganze auch wieder dreifach. Ach, da kam er, ja. Ja, er brauchte, er brauchte ein bisschen. Er brauchte ein bisschen. Ja, da war der Anzünder, also den Anzünder muss man natürlich immer ganz in die Stoppiene reinstecken. Ja, da war der Anzünder.